Musik Moin moin Leute, hier ist euer Leprox und herzlich willkommen zu einem Live-Kommentary, Live-Gameplay Ja, was seht ihr gerade? Oder was werdet ihr gleich sehen? Das lebt ihr im Moment noch Ja, einem Lauf auf der Map Plaza, einem Lauf, kurz erklärt ist, man hat nur eine Kugel Wenn man jemanden damit trifft, dann kriegt man die Kugel wieder Wenn man jemanden messert, kriegt man auch eine Kugel Ähm, ja, man hat drei Leben und ja, das war's eigentlich schon Eine im Lauf Und ich geht's gleich los und hoffentlich, ja, das Problem ist bei mir eben, ähm, wenn's lebt Dann bin ich quasi als, äh, Spieler, also als Avatar quasi schon drin Ähm, und kann eben schon getötet werden, wie es eben auch passiert ist, juhu Letztes Leben, wie ihr seht Also, was? Boah, der hat den mir weggenommen So Jetzt muss ich probieren, mit einem Leben irgendwie klar zu kommen Statt Statt drei Damit noch zu gewinnen Wenn's mir gelingt, bin ich ein Gott Wenn nicht, dann nicht Gute Sprüche Boah Wir sind noch da Zwei andere Das ist möglich, wenn ich bin zweiter von den Kids her sogar Boah, was, der war daneben Naja Mir ist das ja nur recht Ja Loot und Stick Wo ist der? War das der? Oh Ja Bam Und dann bin ich Erster geworden Wie viele Kids? Sechs und zwei Tode Ja, die zwei Tode war ich ja nicht im Game, also Ein glattes 6 zu 0 und ordentlich geohnt Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm, ja, ich hab jetzt auch zum Beispiel dadurch Auch einen Clip rausgespielt Kann ich mir auch mal angucken Und, ja Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Schreibt mal in die Kommentare, ob euch sowas gefällt Sowas live zu kommentieren Kann nächstes Mal auch länger sein Und, ja, das war's dann auch von mir Servus